Die Jugendtreffes war zusammen mit La Trasse und mit der Fondation IC organisiert, um in Finnland zu gehen. Da waren Malvoyanten für Bresel und Encadrons. Die Jungen vom Jugendhaus und die Edukateure, die sich zusammen nach Finnland getroffen haben, um zusammen an einem Haus zu leben und um Expeditionen zu gehen, zusammen mit den Schlittenhänden. Die Motivation war, um Malvoyanten zu leben, die in ganz einer Welt, in ganz einer Kultur kennenzulernen, in Finnland, mit den Hunden zu leben, Momenta zu leben, die sich so noch nicht kamen. Als ich mit der Viergestaltung war, war ich ganz selbstverständlich. Es waren fünf, zehn Kilometer. Es war keine Stadt, es war nicht mehr Busch, es war ganz viel Schnee. Es war auch immens klar. Die Erfahrung war auch, dass wir bei Dubai bei minus 21 Grad geschlossen haben. Und eben mit den Malvoyanten zu schaffen. Gucken, wie sind die Leute drauf, wie sehen sie die Welt, wie kann ich mit ihnen eins gehen, die Herausforderungen mit den Hunden, die Verantwortung, ich war wohl für den Hunden, aber auch für den Malvoyanten. Mit ihnen zu kommunizieren, wie eben, wen sie zu erstellen, wie ihnen was aufpassen, wie ihnen sie sich becken muss. Da muss man ein bisschen sehen, da muss man bremsen, weil sie das ja nicht unbedingt immer erkannt haben. Und dann habe ich auch die Verantwortung für die Hunden. Ich wollte sie pflegen, in den Tisch gehen, in den Spazieren gehen. Ich fährte nämlich hin. Und als ich an der Viergestaltung kam, sind sie nicht ganz groß hin gelandet. Sie waren wirklich mega groß. Und als ich auf der Tour gegangen sah, müssen sie die Patten aufkratzen und so. Weil sie hatten immer mega viel Eis zwischen den Patten. Also es ist noch ganz viel mein Plan eines Kindes, mir hat immer die Summe gemacht. Wir haben immer ganz viel dabei geholt. Malvoyant und sich ganz lustig Leute in der Region. Und sie waren nicht so helflos, wie in der Stadtfleisch am Anfang so festgestellt. Was im Projekt aber auch interessant ist, dass die Nachhaltigkeit vom Projekt, die in einer anderen Eichstadt von Töte, mit einem Neuttreffen, mit der Ambassadrice von Finnland. Das sind ganz große Erfahrungen für das Leben, die ich gemeldet habe. Ich danke eben auch.